Willkommen zum Wiener Börseplausch. Heute ist Montag, der 15. August 2022 und mein Name ist Christian Drastil. Und wenn an einem Feiertag wie heute gehandelt wird, gibt es auch einen Wiener Börseplausch. Das Motto ist wieder Market and Pay. You're smarter than me. Podcasting for a quick day. Hey, die Zeitgeist, ja. Ein Modethema, Modethema, Modethema. Ja, die Börse als Modethema und die Wiener Börseplausche im August sind präsentiert von Wiener Berger und Börsenwerte. Ja, blicken wir gleich mal auf den Markt zu Christi Himmelfahrt. Wie gesagt, es wird gehandelt. Ich bin dann wieder sehr gespannt, wie die Umsätze am Abend ausschauen. Es waren zuletzt an Feiertagen eigentlich gar nicht so schlecht. Auf jeden Fall, der Markt ist mal auch nicht so schlecht. Wir sind weiter im Plus nach der guten Vorwoche mit 0,31 Prozent jetzt um 11.10 Uhr, als ich das hier einspreche, bei 6.535 Punkten im ATXDR. Auf der Gewinnerseite haben wir die Rosenbauer mit plus 3,01 Prozent. Zu der komme ich noch. Dann den Verbund 2,47 und AT&S 1,95. Auf der Verliererseite Do & Co. minus 2,05 Prozent. Die haben aber am Freitag und Donnerstag starkes Recovery gezeigt. Varimpex mit 1,9 Prozent und Vöstalpine mit 1,3 Prozent. Ebenfalls auf der Gewinnerseite, nämlich mit 1,6 Prozent, haben wir heute Valneva. Und die haben bei der SEC einen Prospektnachtrag für ein At-the-Market-Angebot eingereicht. Also die können jetzt ADS verkaufen, das sind so American Depository Shares, wobei jedes ADS zwei Stammaktien des Unternehmens repräsentiert. Die Verwässerung soll mit maximal 26,1 Prozent überschaubares Maß behalten. Die haben im Vorjahr immerhin zwei hervorragende Kapitalerhöhungen bei viel höherem Kursniveau als jetzt 10 Euro gemacht. Und in Summe passt das schon, weil die frischen Mittel, so sie dann emittiert werden, für Forschung und Entwicklung von Produktkandidaten verwendet werden. Dann so ist das in der Pharma-Branche, so soll es auch sein. Und ja, Rosenbauer heute, der große Gewinner, habe ich schon erwähnt. Da gab es auch ein Interview im Börsenradio, wo der neue CEO Sebastian Wolf sich natürlich den schwierigen Herausforderungen stellt, Liefersituationen und alles Mögliche. Und da gibt es einen schönen Punkt, weil mit dem weniger schönen Punkt Waldbrände, aber eine recht schöne Kooperation, Verzeihung rein österreichisch, stattfindet, nämlich bei Löschboten, da arbeitet man mit Palfinger zusammen. Also das ist, ja, Oberösterreich, Salzburg, gutes Know-how, beides in Rot und wunderschöne Fahrzeuge und die arbeiten jetzt eben bei Löschboten zusammen. Palfinger ist auch bei so einer virtuellen Rojo, das erinnert mich sehr stark an unsere Austrian Visual World Wide Rojo. Seed11a.com heißt die Website und da kann man Management und Investor Relations virtuell treffen und, ja, glaube ich, eine gute Sache, wo sich findige Leute darum kümmern, dass die Unternehmen virtuell und visuell da sichtbar werden. Aus österreichischer Sicht habe ich mal die Palfinger gesehen und auch die Varta. Eine ebenfalls schöne Sache ist, dass Raiffeisen Bank International, da hat das Equity Sales Team eingeladen, die Leute der Post, das Aktienführungsteam vom CEO abwärts, und die haben das dann auf LinkedIn gepostet und dürften sich da sehr gut ausgetauscht auch haben. Von der RBI war da bei der Klaus Teller-Dore aus dem Handel, dann war da bei der Klaus Imhoff und der Harald Kröger und von der Postseite sogar der Georg Bölzl, der CEO und der Harald Hagenauer und der Walter Oblin, also sehr, sehr, sehr hochkarätig und eine gute Sache und ein zufriedenes Bild haben die alle miteinander dann noch gepostet. Ich habe heute im Börse-People-Podcast die Laura Egg. Sie ist quasi die Chefin von der Austrian Angel Investor Association und die hat auch eine Beteiligung im Start-up-Rat oder Beirat der Regierung beim Arbeitsminister Kocher. Und ich sage halt, bei der Gelegenheit, es wäre schön, wenn wir auch so einen Beirat, wir Börsianer hätten, rund um den Finanzminister Magnus Brunner. Ich wäre da sofort dabei. Natürlich, den Podcast mit der Laura Egg werde ich verlinken. Ebenfalls jenen mit dem Bernhard Zieber, dem Ruderer, den haben wir am Samstag gesendet. Und ja, ich möchte auch gratulieren, zwei von dem Sportwoche-Podcast, zwei Gästinnen in Wahrheit oder in Summe sogar vier, weil einmal waren Drillinge da, die Alexandris, die haben Medaillen bei der Europameisterschaft gewonnen im Einzel, die Vasiliki und die Anna-Maria und die Ayrini im Duett. Und herzliche Gratulation und auch die Tischtennis-Spielerin Sofia Polkanova wird eine Medaille gewinnen. Das ist schon fix, welche werden wir erfahren. Und zwar mit dem Robert Gardosch im Mixed-Doppel. Und ja, es wurde damals im Podcast live geoutet, dieses Duo. Das war noch gar nicht offiziell, aber wir haben es dann flach gehalten. Gut, herzlich gratulieren möchte ich zum Abschluss auch noch der LLP, der Lichtensteinischen Landesbank für in Österreich diesmal. Denn die VÖIG, das ist die Vereinigung der österreichischen Investgesellschaften, die hat bei 29.07. wieder eine Performance-Liste zur Verfügung gestellt. Und da geht es darum jetzt unter anderem auch um die besten Aktienfonds mit Anlageschwerpunkt Österreich. Und der LLP Aktien Österreich von Paul Bicher gemanagt, führt jetzt in der Kategorie 1 Jahr, 3 Jahre und 5 Jahre. Also in einem Jahr ist man unter 10% im Minus. Das ist eine gute Leistung in diesem Markt. 3 Jahre ist man knapp 4% im Plus per anno. Und 1,3% auf der 5-Jahres-Sicht per anno ist das Plus. Auch da jeweils auf Rang 1, auf diese wichtigen Sichten, ein Jahr, drei Jahre und fünf Jahre. Und da möchte ich recht herzlich gratulieren der LLP Österreich dazu. Und ich habe mir den Fonds auch noch näher angeschaut, was denn da gerade die Top-Holdings drinnen sind. Und das sieht man ja freilicherweise auf der Homepage. Das ist die AT&S. Die erste Group, Wiener Berger, Babag und Kontron, sind die Top-5. Überraschung sicherlich vom Gewicht her, die Kontron. Und dahinter dann OMV, Strabag, Andritz, EVN und Lenzing. Also da braucht man nur auf die Titel schauen und sieht, dass man da letztendlich eher Gewinner, also relative Gewinner drin gehabt hat. Und mit der AT&S natürlich auch einen der Top-Performer. Überhaupt auch die Strabag ist sehr, sehr gut gegangen. Und Kontron, jetzt kommt darauf an, wann man es gekauft hat, ist natürlich auch ein toller Hebel, weil nach der Short-Attacke, auch schon vor längerer Zeit, jetzt hat sich die Aktie natürlich auch gegen den Markt toll, toll, toll entwickelt. Ja, das war es für heute. Ich werde morgen natürlich wieder hier zu finden sein zum Mittag. Ich freue mich auf einen spannenden Nachmittag heute. Und wir hören uns morgen wieder. Tschüss und Baba. Till your mind roll. Tax Laftgage. Come ich jetzt ganz Used. Leave those wars behind, I'll give you up. Till your mind roll back in. Vielen Dank.